Großeinsatz für die Berliner Feuerwehr. Am Freitag brennt eine Wohnung in einem Hochhaus in Kreuzberg. Mindestens zwei Menschen sprangen in die Tiefe und starben. Laut Feuerwehrsprecher wurde noch vor Ort versucht, die beiden Mieter zu reanimieren. Vergeblich. Nach Bildinformationen handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Sie sollen sich rund 20 Minuten an den Balkon ihrer Wohnung im 12. Stock geklammert haben, bevor sie sich fallen ließen. Das Sprungpolster der Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt erst teilweise aufgebaut, sodass es den Aufprall nicht genügend abbremsen konnte. Die Feuerwehr war mit über 100 Kräften vor Ort.